Mein Name ist Yannick Bachmann, Spitzname ist Jay, das ist mein zweiter Name. Ich bin geboren in Groß-Umstadt, also in Hessen. Ich komme aus Babenhausen, das liegt in der Nähe von Darmstadt. Ich habe jetzt den letzten Verein für Kaiserslautern gespielt und bin jetzt fast zwei Wochen hier in Sandhausen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, also mit vielen geredet. Die Mannschaft ist super, top Charaktere und von daher fühle ich mich schon sehr wohl in der kurzen Zeit. Ich bin hergekommen, um natürlich Abstiegskampf zu helfen. Ich will unbedingt, dass wir die zweite Liga halten und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Wir haben einen sehr guten Kader, eine sehr gute Mannschaft und zusammen packen wir das auf jeden Fall. Ja, es ist schade, dass man die noch nicht kennenlernen konnte durch Corona und ich bin froh, wenn wir hier zu Hause spielen und dann die Fans auch kennenzulernen und mit den Fans Siege zu feiern.